Ja Leute, willkommen zu... Wir sind gerade ein Waschpair, ein waschiges Bärchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, sechs war wichtig. Okay, auf ein neues! Ja, aber jetzt haben wir besiegt! Yeah, wir haben das Schloss geschafft! Ja, jetzt gehen wir aber zuerst da hinein! Boah, wo war denn das ganze Sache? Stern? 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 Okay. Stern? Stern? Und 10 Münzen? Und 10 Münzen! Yeah! Ist das nicht schön? Dann machen wir das da auch noch gleich! Ich mach mal! Ja! Yeah! Zwei Ups! Okay, jetzt haben wir die ganzen, was ich verspielt habe, wieder gewonnen! So, mal zuerst... Hammerbrüder machen! Ja, machen wir die Hammerbrüder! Ja, ist da was drin! Ich will suchen! Wer suche, der findet! Ein Hammer! Ein Hammer! Ein Hammerbruder! Du bist Hammer! Wie du dich behammerst mit einem Hammer! Ja! 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 Ich kann fliegen! Jetzt wird die Feuerblume zum Schwan mal, oder? Da ist ja wieder so ein Licht! Ja, Bonus, Sonnenmünzen! Ja, Münzen! Okay, dann müssen wir in einem kleinen Zustand weiterlaufen! Na! Nein, jetzt schießen wir das ab weg! Na wie, den Hasser! Diesen komischen... ...quarzen... ...Vogelviech-Dingsi-Pumsi-Mann da! Boah, das ist er! Verstecken! Frickst mich nicht! Und rutschen! Und rutschen! Und rutschen! Komm her da! Kommst du, kommst du! Kommst du, Erda! Na! Na! Bleib! Da, du! Oh, jetzt kann man wieder richtig kälte machen! Und wir dann abholen! Okay, oder recht, Bonus! Na! Na! Na, ist alles verkackt! Kann man denn nicht besiegen oder so irgendetwas? Na! Na! Es gibt's ja nicht! Na! Das ist ein Hammerbruder! Na! Na! Ich geh lieber da durch! Klum, klum, klum! Das hat sehr viel gebracht! Hey! Ho! Hey! Ho! Geh mal da durch! Wo komm ich denn da hinaus? Komm mal! Geh rauf da! Geh rauf da! Geh rauf! Okay, dann komm ich nicht weiter! Hehehehe! Das hat ein Spiegebracht! Sommerende Schienes! Okay, dann machen wir halt ein Feuerblumen! Da gibt's ja nicht, dass da irgendwo was ist! Ein Stern! Okay, dann nehmen wir halt wieder Level 4 an Angriff! Und dann machen wir noch mal rein! RUTSCHEN! Rein da! Nein, dann kommen wir da rein! Und da kann man auch nicht rein! Ok, dann werden wir wieder so einen fliegenden Vogel Ich war ein fliegender Vogel Nein, nicht die Kommas! Nein, ich bin ja wieder klein! Und jetzt verkack ich es wieder! Es gibt ja eine Idee! Verstecken! Haha! Ist das nicht schönes Verstecken? Yippie! Yippie! Weg da, weg da, weg da! Verschwindet! Verschwindet! Feuerblume! Verschwindet! Nein! Nein, nein, nein! Das gibt es nicht! Eine komplette Verarsche! Guck, guck! Yippie! E-baaa-paaa-paaa! Guck! Nein, du solltest das Stören nicht! Wieder! Ich gehe lieber weiter! Okay, wenn ich das mal abhabe, bekomme ich. Ja, jetzt habe ich mir nichts besiegt. Schnell! Boah, das war jetzt Glück im Unglück, oder wie soll man das sagen? Ähm, ähm, 12, 5 und wir lernen wieder schwimmen. Na, da ist es, wenn... Da gibt es ein paar Münzen, die holen wir uns. Ist unten gefährlich? Nein, da gibt es Münzen. Unten ist ja schön. Was haben wir denn hier Schönes? Feuerblumen! Die nehmen wir gleich mit uns. Schwimm, die schwimm, 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 schwimm. Komm, 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 komm. Rein da! Zweiter Stern! So, jetzt würde ich so mit dem nächsten Level nicht verkacken, dass ich den dritten Stern hole. Ja, Leute, bis weiter geht's in der nächsten Folge, weil, let's play Super Mario Bros. Drive mit Bernie! Also Leute, haut rein! Ciao, ciao!